Lass Vorsätze Vorsätze sein und nimm die Zukunft aktiv in deine Hände. In dieser allerersten Podcast-Folge in diesem Jahr möchte ich dir Inspiration, Hilfestellung und vor allen Dingen Motivation geben, wie du deine Ziele erreichst und das kommende Jahr zu deinem Jahr machst. Das ist der Josco Fitness Podcast. Hier erfährst du, wie du mit Leichtigkeit und Freude gesund und fit bleibst und das auf eine ganz neue Art und Weise. Mein Name ist Tim Josco und seit über 43 Jahren betreiben wir im Familienbetrieb einen der renommiertesten Fitnessclubs in Deutschland. Diese jahrelange Erfahrung aus der Praxis fließt hier in den Podcast für dich. Freue dich also auf informative Experteninterviews zu den Themen Gesundheit und Fitness mit den besten Tipps und den größten Mythen und auf motivierende Gespräche mit ganz normalen Menschen, die ihre Trainingsziele erreicht haben und finde heraus, wie sie es geschafft haben. Das alles kombiniert mit viel Hintergrundwissen zu Training und Ernährung und lustigen Storys aus dem Fitnessalltag. Ja, es ist mal wieder Jahresanfang und der typische Zeitpunkt für Vorsätze. Hast du dir auch schon Vorsätze gemacht? Gibt es auch schon irgendwas, was du dir vorgenommen hast, im nächsten Jahr, im kommenden Jahr möchte ich gesünder leben oder sowas in der Richtung? Gibt es da schon was? Wahrscheinlich schon. So ein bisschen, wenn wir mal alle ehrlich zu uns sind, so ein bisschen hat man ja das schon fast so in sich drin, dass man sich Ende des Jahres mit dem Gefühl, jetzt ist das Jahr vorbei, das neue Jahr steht an. Und man hat ja immer so innerlich das Gefühl einer Weiterentwicklung und das Gefühl, etwas besser zu machen. Dann hat man so automatisch irgendwie so dieses Vorsatzdenken in sich drin. Denn geht es dir auch so? Habst du dir auch schon eben die ein oder anderen Vorsätze gemacht? Wie viele der vergangenen Vorsätze sind denn Realität geworden? Und wie viele davon hast du langfristig umgesetzt? Vielleicht nicht so viele. Und dann geht es dir aber so wie jedem. Denn ein Vorsatz erfüllt grundsätzlich nicht die Kriterien, zur Realität zu werden. Ein Vorsatz erfüllt nicht die Kriterien, zur Realität zu werden, weil ein Vorsatz mich nicht in voller Konsequenz auf die Umsetzung einstellt, die nötig ist, um am Ende dieses gewünschte Ergebnis zu haben. Ein Vorsatz ist eher ein Wunsch. Passt doch besser. Meistens werden ja auch Vorsätze eher so am 31.12. gemacht. Vielleicht noch in einer lockeren Runde. Gut, das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen schwieriger gewesen. Aber oft ist es doch so, dass man dann nach ein paar Gläser Prosecco beim Abendessen sich dann ein bisschen austauscht. Was sind denn meine Vorsätze? Was sind deine Vorsätze? Was nehme ich mir vor? Und so weiter. Das Blöde ist bei diesen Vorsätzen, dass ich immer wieder eigentlich ein Negativerlebnis habe. Denn ich nehme es mir zwar vor und ich bin vielleicht innerlich mir schon darüber im Klaren, dass ich das sehr wahrscheinlich nicht umsetzen werde. Aber es gibt mir in dem Moment ein gutes Gefühl. Das Blöde ist nur, ich vergesse das ja nicht. Dieser Vorsatz, den ich mir vornehme, dieser Wunsch, der da ist, der ist ja schon auch nicht unbegründet da. Da gibt es ja schon einen Grund, warum ich mir das vornehme und wünsche. Und ich würde es auch gerne verändern und formuliere es sogar mal ganz vage und merke dann aber immer wieder im Laufe des Jahres, dass ich es eigentlich nicht schaffe. Und so wird ein offensichtlicher Wunsch oder ein Defizit, das ich zum Ausdruck bringen, immer wieder darin bestätigt, dass ich es nicht erreiche im Laufe der Zeit. Weil einfach nur meine Herangehensweise die falsche ist. Weil es immer ein Wunsch bleibt und nicht zum Ziel wird. Und deshalb lass uns doch ganz zu Anfang einfach mal das Wort Vorsätze in das Wort Ziele umwandeln. Und schon kriegt die ganze Nummer ein bisschen einen anderen Touch. Und es ist auch eine Thematik, die ja für dich in keiner Weise irgendwie neu ist. Zunächst mal ist uns allen klar, dass dieses Vorsatzthema eigentlich nicht zielführend ist. Das ist uns allen klar. Zum anderen habt ihr alle in eurem Leben und du mit Sicherheit schon viele Ziele erreicht. Und es gibt viele in deinem Leben, das du dir vorgenommen hast und wo du jetzt auch rückblickend sagen kannst, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich erreicht. Und darauf ist man stolz. Jetzt gibt es aber doch immer wieder auch das Bedürfnis eben, ja gerade gegen Jahresende, sich neue Dinge vorzunehmen. Und genau da möchte ich in diesem kurzen allerersten Podcast für dieses Jahr dir eine kleine Hilfestellung geben, wie vielleicht da ein gutes Herangehen ist und vielleicht auch ein bisschen Inspiration. Was könnte man sich dann auch mal noch vornehmen? Das ist vielleicht auch ein schöner Gedanke. Denn das ist etwas, was bei uns allen gleich ist. Ziele zu haben, Ziele zu definieren ist eines. Sie umzusetzen ist tägliche Arbeit und eine tägliche Herausforderung. Für uns alle. Aber wir können es uns schon mal einfacher machen, indem wir an die Sache richtig herangehen. Und deshalb streicht diese Vorsatzthematik, lass dich nicht frusten von dieser Zwangsläufigkeit, die aus einem Vorsatzwunsch entsteht. Denn es ist viel zu wenig konkret, als dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wir diesen Vorsatz dann auch wirklich erreichen zu können. Auch muss man sagen, bei jedem Ziel und so schön und gut ich mir die Ziele formuliere, beziehen wir es mal auf das vergangene Jahr, da hatte ich mir auch viele Ziele vorgenommen für das Jahr 2020. Und was ist passiert? Das Jahr ist komplett anders gelaufen, wie man es sich vorgestellt und gedacht hat. Also bei aller Struktur, bei aller systematischen Herangehensweise, bei jeder Zieldefinition, ich kann das noch so toll ausarbeiten, habe ich nun mal nicht immer alles in der Hand. Und deshalb ist es wichtig, dass ich auch da eine innere Sicherheit verspüre, dass ich das Ziel, die Thematik, die Umstände, die ich verändern möchte, dass ich das kann. Und dass selbst wenn jetzt die Umstände, die gegebenen Umstände, wie jetzt so das Umfeld oder eben jetzt bei uns, die Corona-Situation es mir im Moment jetzt schwieriger macht oder vielleicht auch nicht möglich macht, das Ziel zu erreichen, dann muss ich deshalb aber nicht mich oder das Ziel hinterfragen, sondern es war einfach vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann bleibe ich dabei. Also ich glaube, das ist uns allen klar, nur weil ich das Ziel definiert habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es erreichen kann. Es sind viele Dinge, die da mit eine Rolle spielen. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass diese Extremsituation, so wie wir sie jetzt in der Vergangenheit erlebt haben, für das nächste Jahr uns nicht wieder so überraschen. Denn dass die Lebensumstände im Moment schwierig oder auch außergewöhnlich sind, das sind wir ja leider über das letzte Dreivierteljahr schon ein bisschen gewohnt. Deshalb lass uns doch als Idee durchaus auch Ziele definieren, die ganz unabhängig von anderen sind oder auch von Umständen sind, sondern die wirklich nur mit mir zu tun haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir gesund bleiben, und das wünsche ich jedem, dann können wir auch an unserem Ziel festhalten oder zumindest mal an ein paar Zielen, wie die, die eben mit mir ganz persönlich zu tun haben. Ich verwende jetzt ganz bewusst ausschließlich und nur noch das Wort Ziele, denn wenn wir jetzt das Gefühl verspüren, und das verspüren wir ja eigentlich schon länger und nicht erst am 31.12., dass ich gerne etwas in meinem Leben verändern möchte, dass ich mich gerne weiterentwickeln möchte, dann muss ich mir zuallererst die Frage stellen, wie kann ich das denn jetzt klar formulieren, aufs kleinste Detail runterbrechen. Fangen wir also ganz vorne an. Und der Start in eine Zielplanung ist zunächst mal, mir über die momentane Situation, die Umstände, die da sind, meine persönliche Situation Gedanken zu machen. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dich einfach mal hinzusetzen mit dem Stift und Papier und dir die Zeit nehmen, gib dir da eine Stunde, dir die Zeit nehmen, zunächst mal die Dinge aufzuschreiben, die dir jetzt auf dem Herzen liegen, die dir wichtig sind, diese Wünsche, Bedürfnisse, die da sind fürs nächste Jahr oder auch für das Leben im Allgemeinen. Und dann eben diese Dinge herunterzubrechen. Zunächst mal auf eine klare Zielformulierung, also eben nicht wie vorher dieses Beispiel, ich möchte mir vornehmen, gesünder zu leben. Das ist ein schöner Wunsch. Und jetzt wird der Wunsch zum Ziel. Das heißt also, was konkret verändere ich? Wo sehe ich die Notwendigkeit, etwas in meinem Leben zu verändern? Also ist es jetzt zum Beispiel, als Beispiel gesünder Leben, ist es jetzt das weniger Fleisch, das ich essen sollte oder den Zucker weglassen oder sollte ich weniger Mahlzeiten am Tag essen oder sollte ich das Rauchen aufhören oder was auch immer. Also was ist für mich jetzt dieses gesünder Leben konkret formulieren? Gesünder Leben bedeutet für mich, das und das und das werde ich verändern. Wie verändere ich es? Das ist die nächste Frage. Also das grundsätzliche Ziel, weniger Fleisch zu essen, super. Wie mache ich das? Ich nehme mir zum Beispiel vor, drei Tage oder vier Tage unter der Woche oder so wie es früher war, freitags beispielsweise, Tage ist der Fischtag, dass man sich vornimmt, freitags ist Fleischtag, sonst esse ich kein Fleisch. Dass man das für sich unter Berücksichtigung der persönlichen Situation und der persönlichen Umstände, Family macht natürlich, spielt eine Rolle, der Job spielt eine Rolle und auch sonstige Umstände. Das sind alles Dinge, die ich mit in meine Planung mit berücksichtigen muss. Sonst, wenn ich das ignoriere, dann nimmt das Leben seinen Lauf und ich bin dann doch wieder wie der Spielball und plötzlich kommen Umstände und Situationen, die mich davon abbringen und das Erreichen meines Ziels viel schwieriger machen. Und die weiß ich aber oft im Vorfeld schon. Also kann ich die berücksichtigen in meiner Zielplanung und ich sage mal so ein bisschen schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass die Schwiegereltern beispielsweise am Samstag immer da sind und der Schwiegerpapa, der isst so gerne Fleisch, dann ist das vielleicht auch der ungünstige Tag, mir jetzt vorzunehmen, kein Fleisch zu essen. Also würde ich das in meine Zielplanung mit aufnehmen. Deshalb vom eigentlichen Wunsch, von der Intention, gesünder zu leben, das konkrete Ziel formulieren, beispielsweise, das ist jetzt nur ein Beispiel, da kennt ihr eure Ziele und eure Bedürfnisse sehr, sehr gut. Bleiben wir bei dem Beispiel Fleisch. Ich nehme mir vor, weniger Fleisch zu essen, weil das für mich ein Grund ist, gesünder zu leben oder eine Möglichkeit. Also wie und wann kann ich weniger Fleisch essen? Wann passt es in meinen Tagesablauf? Und was wären zum Beispiel Alternativen? Dass ich mir auch jetzt schon konkret überlege, also gut, die Mahlzeit, die ich sonst so und so konsumiert habe? Man muss ja ehrlich sein, gerade wenn wir jetzt wieder bei, wenn wir bei dem Essensthema bleiben, bei diesem Beispiel, ist es ja auch so, dass man nicht 365 Tage im Jahr was anderes isst, sondern das wiederholt sich ja immer, immer wieder. Man hat so das typische Montags- oder Dienstags- oder Mittwochsessen, man hat ja so seine Abläufe. Also wenn ich mir jetzt eben, wie bei dem Fleischbeispiel vornehme, weniger Fleisch zu essen, dann sollte ich gleich schon bei der Zielplanung mir aber auch überlegen, was wäre eine Alternative? Und nicht, dass ich dann an dem gegebenen Tag da bin, mir das jetzt eigentlich vornehme und jetzt plötzlich merke, Mist, jetzt habe ich gar keine Alternative, jetzt habe ich gar keine Idee. Ach, jetzt mache ich es, diese Woche mache ich es jetzt halt nochmal mit dem Fleisch, aber dann ab nächste Woche nicht. Sondern, dass ich mir jetzt, wo ich in Ruhe da sitze und in Ruhe mir Dinge vornehme, auch gleich schon die Lösung auch mit überlege. Also die Lösung wäre jetzt nicht einfach, dann und dann kein Fleisch zu essen. Das ist das Ziel. Die Lösung wäre jetzt eben zu sagen, gut, und alternativ wandle ich jetzt das Fleisch in den Fisch um oder ich mache statt das Fleisch in die Gemüsepfanne, mache ich vielleicht Schafskäse in die Gemüsepfanne, habe also gleich schon meine Alternative. Das ist enorm wichtig. Dann, das Ziel, das ich mir langfristig vielleicht auch vornehme, wirklich runterzubrechen in Monate und Tage. Also, bei dem Fleischbeispiel, das kann durchaus ein Ziel sein, das lebensbegleitend sein darf und soll. Da wäre es jetzt, da ist jetzt der Lösungsansatz wichtiger. Bei anderen Zielen ist es sehr, sehr gut, sich das auf den Monat, also zunächst mal auf, wenn es das überhaupt gibt, auf ein Zieldatum zu definieren. Beispielsweise, wenn wir beim, wenn wir beim Körper bleiben, das abnehmen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann bis wann möchte ich diese 10 Kilo abnehmen und was bedeutet das dann für den Monat, für die Woche und auf den Tag reduziert. Also auch hier, das hängt jetzt so ein bisschen vom Trainingsziel oder Entschuldigung, vom Allgemeinziel ab. Bei manchen Zielen kann ich das gar nicht so runterbrechen. Da ist das Runterbrechen dann eher die Lösung, wie bei dem Fleischbeispiel. Beim Abnehmen ist das Runterbrechen unglaublich hilfreich, dass ich wirklich nicht den großen Berg vor mir habe, der 10 Kilo, sondern ich breche das runter auf den Monat, auf die Woche und auf den Tag. Beim Tag ist es dann natürlich nicht, wie viel Kilo möchte ich am Tag abnehmen, sondern wie muss ich mich tageweise verhalten, dass ich vielleicht das Monatsziel, das ich mir definiert habe, dann erreiche und mit dem Monatsziel kann ich auch sicher davon ausgehen, dass ich dann das große langfristige Ziel erreiche. Also ein Runterbrechen aufs kleinste Detail und das kann man sehr, sehr gut und da muss man auch so ein bisschen sich auch selbst fordern und ein bisschen quälen und da so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und es sich hier nicht zu einfach machen. Umso klarer es auf das Detail runtergebrochen ist, umso strukturierter ihr vorgeht, umso mehr ihr euch damit beschäftigt, umso mehr ist das ganze Unterbewusstsein auf das Ziel eingestellt. Das heißt, ich muss mich wirklich damit beschäftigen, ich muss mich darauf einlassen und wenn man dann eben an diesem Zeitpunkt ist, wo man vor dem Blatt Papier sitzt, wie vorher gesagt, und erstmal die Wünsche formuliert, dann da ein bisschen ausfiltert, okay, was möchte ich jetzt in ein konkretes Ziel umwandeln und sich da vielleicht wirklich auch weniger Dinge vornimmt, aber die dann auch wirklich umsetzt, dass man dann sich auch die Zeit nimmt, wie gesagt, die Dinge runterzubrechen aufs kleinste Detail, sich auch gleichzeitig die schon Lösungen überlegen, denk hier an die beiden unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel das weniger Fleisch, was ist die Lösung in der Mahlzeit oder eben beispielsweise das Abnehmen, wie kann ich das eben dann auch auf Tage oder Monate runterbrechen und mir Teilziele setzen, die realistisch sein sollten. Lieber mache ich mir kleinere Ziele, aber habe immer wieder das kleine Erfolgserlebnis, wie dass ich in einer großen Euphorie und Riesenmotivation mir ein riesiges Ziel setze, das eben dann ausschließlich der Wunsch ist und leider auch nur ein Wunsch bleibt und am Ende ist es eher ein Negativerlebnis, das ich dann damit verbinde, weil ich gefrustet bin, dass ich diesen Wunsch eigentlich nicht erreiche und immer mehr, ja auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, immer mehr Energie, Motivation und Antrieb verliere, weil ich für mich immer mehr das Gefühl habe, ach Mensch, das, was ich mir wünsche, das kommt ja eh nicht, das passiert ja eh nicht, das wird eh nicht zur Realität. und deshalb bei den ganzen Wünschen, die da sind, man kann das ja auch immer wieder machen. Wie vorher gesagt, das muss ja nicht am 1.1. für das nächste Jahr sein. Das, über was wir jetzt hier gerade sprechen, ist eigentlich etwas, was lebensbegleitend immer mal wieder passieren kann. Mir ist das jetzt einfach im Zusammenhang mit den Vorsätzen und Neujahrswünschen eigentlich eingefallen. Wir werden darüber aber sicher auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Also, dass ich mir immer mal wieder die Frage stelle und immer mal wieder mit mir ein persönliches Gespräch führe, mich zu einer Audienz einlade, mich selbst und mal reflektiere, okay, was sind jetzt im Moment gerade Wünsche, die ich habe, was sind Bedürfnisse, die ich habe, welche davon möchte ich jetzt konkret in ein Ziel definieren und wie kann ich jetzt eben das Ziel klar formulieren und wie kann ich das Ziel runterbrechen oder eben gleich schon Lösungsansätze finden. Also, wie kann ich die Umsetzung auch gleich schon planen und wie kann ich mich dann, und das ist auch etwas Wesentliches selbst kontrollieren und da gibt es viele Möglichkeiten der Selbstkontrolle. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich offen über dieses Ziel spreche und eben nicht es für mich behalte, sondern ganz klar Position und Stellung beziehe und ganz klar sage, auch im Umfeld, Partner, Partnerin, Freunde, Arbeitskollegen, dass ich sage, hey Leute, ich habe mir das und das Ziel vorgenommen und man selbst immer wieder über dieses Ziel dann auch spricht, damit man ein Commitment eingeht eine Vereinbarung sich selbst gegenüber, aber auch den anderen. Man kommt in einen gewissen Zugzwang. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, das ist eine Typsache und das muss jeder für sich dann auch so ein bisschen den richtigen Weg finden. Eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise, dass man sich einmal im Monat hinsetzt oder auch jeden Tag am Abend. Auch diese Möglichkeit gibt es, aber bleiben wir realistisch. Also, finde den Ablauf, der für dich wirklich realistisch ist. und wenn du in deinem Tagesablauf beispielsweise abends eine Zeit hast, wo du für dich alleine bist oder auch gut alleine sein kannst, dann macht es wahnsinnig viel Sinn, sich am Abend die Frage zu stellen, was habe ich heute dafür getan, meinem Ziel oder meinen Paar-Zielen näher zu kommen? Welche Entscheidungen habe ich heute bewusst getroffen, die mich meinem Ziel näher bringen? Welche Schulnote würde ich mir geben? Das habe ich im schönen Podcast mit meinem Vater, mit dem Papa gemacht, wo es, ich glaube, da geht es ums Intervallfasten und zwar ging es da unter anderem auch um die Zieldefinition oder wir hatten das bei Älter werde ich später, das weiß ich gar nicht mehr genau und zwar ging es um die Möglichkeit, sich einer Schulnot zu geben am Ende des Tages oder auch am Ende der Woche oder am Ende des Monats, das ist ganz egal, aber ich brauche meine Fixpunkte, wo ich mir selber ein Feedback gebe und selber ganz klar und unverblümt mir Rückmeldung gebe, bin ich auf dem richtigen Weg, ja oder nein, wenn nein, was muss ich tun, was muss ich verändern? Also das sind jetzt zwei Möglichkeiten gewesen, wie man sich so ein bisschen, naja, ich sag mal, einen positiven Druck aufbaut, das Ziel zu erreichen. Einmal, und es geht natürlich auch beides, ist ja ganz klar, einmal das, über das Ziel zu sprechen, das klar zu formulieren, eben dem Umfeld gegenüber, ja, und so einen Druck aufzubauen oder auch zusätzlich sich selbst eben immer mal wieder ein kleines Feedback-Gespräch geben und gucken, was klappt, was klappt nicht, sich eine Schulnote geben, aber immer wieder, und das ist eine tägliche, täglich Arbeit, immer wieder an dem, an dem Ziel, das Ziel zu optimieren, immer wieder daran zu arbeiten, immer wieder zu reflektieren und es nicht einmal als Wunsch zu formulieren und irgendwann dann zur Erkenntnis zu kommen, ach mein Scheiße, der Wunsch ist ja gar nicht Realität geworden, sondern eben den Wunsch zum Ziel, das runterbrechen und mich dann immer wieder eben auch selber zu kontrollieren, verhalte ich mich eigentlich gerade so, dass die Wahrscheinlichkeit auch wirklich hoch ist oder die Wahrscheinlichkeit sogar steigt, dass ich mein definiertes Ziel erreichen kann. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Techniken und auch Apps und so weiter, wie man strukturiert an Ziele herangehen kann, wie man sich Hilfestellungen nehmen kann. Ich für mich habe das Gefühl, dass das etwas so Natürliches und Ursprüngliches ist, dass wir dafür eigentlich nur uns selbst brauchen und die Zeit, sich mit uns selbst zu beschäftigen und auch ehrlich zu uns selbst zu sein und uns selbst und unser Verhalten auch wirklich ehrlich zu reflektieren und mit der gewissen Objektivität, so schwer es auch ist, zu reflektieren. Und dann ist es eben auch möglich mit ein paar Fixpunkten, mit der richtigen Herangehensweise, dass ich für mich die richtigen Ziele finde, wenn ich ehrlich zu mir bin und dass ich dann eben auch durch dieses strukturierte Vorgehen immer wieder auf meinem Weg bleibe, das ganz persönliche Ziel zu erreichen. Es gibt unter anderem auch, abgesehen dieser Fitnessziele, Abnehmziele, weniger Fleischessenziele, gibt es eigentlich auch noch ganz schöne Ziele, wo ich doch, und ich hatte vorher gesagt, Inspiration, vielleicht ist das auch was, wo du sagst, oh Mensch, über diesen Gedankengang der persönlichen Entwicklung möchte ich mir auch mal Gedanken machen und zwar diese konkrete Fragestellung, was sind denn Denkmuster, von denen ich mich verabschieden möchte, was sind Denkmuster, die mich irgendwie behindern, wo ich weiß, ah, das ist so dieser Teufel, den möchte ich gerne, den möchte ich gerne, er ganz weg geht er nie, aber ich möchte, dass er nicht so dominant ist und das sind diese typischen Denkmuster, die ich habe, was sind so Wesenszüge, Verhaltensweisen, die mich ein bisschen an mir ärgern und mich ärgern, das ist auch nebenbei etwas schönes, sich mal darüber Gedanken zu machen, was dann durchaus auch wieder dabei hilft, konkreter auf Ziele hinzuarbeiten und die richtigen Ziele für sich zu finden. Dieses Thema der Morgenroutine ist beispielsweise auch was Schönes, weil alleine das schon Struktur gibt in den Tag, auch das kann natürlich ein schönes Vorhaben sein und vielleicht auch, sich mal die Frage zu stellen, was möchte ich denn Neues lernen? Weil diese Frage, gibt es irgendwas, was ich neu lernen möchte? Eine Sprache, eine Sportart, ein Instrument, was auch immer, was Neues lernen, sich neuen Dingen widmen, ist eigentlich auch eine ganz tolle, ganz tolle Bereicherung. Oder eben auch, wie kann ich was zurückgeben? Was kann ich denn in meinem Leben tun, um anderen etwas zurückzugeben, um für andere einen Mehrwert zu bringen und zu geben und zu sein? Ja, das mal einfach als Inspiration auch für Dinge, die mitunter auch eben dazu führen, dass ich meine persönlichen, oder dass diese primären Ziele, die einem immer so vordergründig in den Kopf schießen, wie mehr Sport machen, mehr an die frische Luft gehen, abnehmen und so weiter, gibt es eben auch andere Dinge, die, wie die gerade formulierten, die Spaß machen, darüber nachzudenken und die auch Spaß machen, in den Alltag zu integrieren. Denn das gibt einem unglaublich viel zurück. Ich hoffe, ich konnte dir mit den ein oder anderen Ideen, mit der ein oder anderen Empfehlung der Herangehensweise entweder neue Ideen liefern oder vielleicht auch dich einfach nur bestätigen, in den Dingen, die für dich vielerlei Hinsichten eh schon klar sind. Und vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen besser motiviert, zu sagen, komm, jetzt nehme ich mir diese Stunde, jetzt setze ich mich hin und jetzt mache ich mir Gedanken über meine persönliche Situation und über die Entwicklung und die Zukunft, die ich gestalten möchte. Und dann gehe sie systematisch an mit einer großen Portion Motivation, mit einer großen Portion Optimismus, denn dafür haben wir alle Gründe, denn wir haben, abgesehen von Extremsituationen und die gab und gibt es immer wieder, haben wir so viel selbst in der Hand und diese Chance, die müssen wir nutzen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Loswerten der alten Denkmuster, ich wünsche dir viel Spaß beim Kreativsein, beim Definieren der Ziele, bei dem Runterbrechen der einzelnen Ziele und du wirst es mit Sicherheit erreichen. Und ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe für das nächste Jahr, ist den Podcast weiterhin so zu gestalten, dass er für dich eine immer größere Hilfestellung wird und eine immer bessere Orientierung wird und somit strukturieren wir den Podcast ab Februar folgendermaßen. Es wird, und das hat auch etwas mit diesen Zielen zu tun, es wird kleine, ich nenne es mal Challenges, Herausforderungen, Aufgaben, Ideen geben, die wir immer montags formulieren und wir versuchen gemeinsam, als Gemeinschaft und somit gehen wir die Dinge dann nicht ganz alleine an, sondern wir gehen sie zusammen an, versuchen die Dinge umzusetzen, wie zum Beispiel, dass wir uns mal vornehmen, ab jetzt eben Plastik zu reduzieren oder mehr Wasser zu trinken und wir liefern euch dann montags immer passend dazu, einmal die Gründe, dass wir nochmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber vor allen Dingen liefern wir euch auch gleichzeitig Lösungen, also wie kann ich jetzt im Alltag wirklich Plastik reduzieren, beispielsweise, wie kann ich mir vorne weniger Fleisch zu essen und alternative gute Rezepte zu finden, das heißt also montags gibt es immer in Anführungszeichen die Challenges, die wir gemeinsam angehen und auch das ist ja schon, geht sehr, sehr stark in diese Zielrichtung und mittwochs gibt es dann immer die informativen Podcast-Folgen und so haben wir immer eine klare Struktur, wir haben immer was, auf was wir uns freuen können und wir haben was, was wir gemeinsam als Gemeinschaft umsetzen können, denn einmal fällt es uns leichter, die Dinge umzusetzen, wenn wir wissen, wir sind dabei nicht alleine und zum anderen hat es aber dann auch eine viel größere Wirkung, wenn wir gemeinsam uns Dinge vornehmen und sie umsetzen, wie zum Beispiel die Thematik Plastik, aber wir haben so viele tolle Ideen, so viele witzige Challenges, die wir gemeinsam machen können, die alle natürlich mit dem Thema Fitness zu tun haben, alle natürlich mit dem Thema Natur und nachhaltigem Lebensstil zu tun haben und vor allen Dingen auch alle Spaß machen und das ist zum Beispiel ein Ziel für das nächste Jahr und jetzt gucken wir mal, wie konkret wir dieses Ziel umsetzen können, gemeinsam. Also sei mutig in den Erwartungen an dein Leben und deine Zukunft und sei systematisch und konsequent in der Umsetzung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über dein positives Feedback und über eine Bewertung. Natürlich kannst du auch ganz einfach den Podcast an Freunde und Bekannte weiterleiten, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Thema interessieren könnte. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten interessanten Folge. Also, wenn du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, dann kannst du das Gefühl hast, dann kannst du das Gefühl hast, dass ich dich das Gefühl hast,